Schiffschieberater plaudert bei der Bild, Wink verlässt den FCK und was sonst noch passiert ist, erfahrt ihr jetzt. Mein Willkommen-zurück-Tobi-Sippel-Video kann ich zwar getrost in die Tonne treten, dennoch blieb der FCK und Geschäftsführer Sport Thomas Heng nicht untätig und zaubern einen der angekündigten Hochkaräter aus dem Hut. Lauter Rheinpfalz wechselt mit Andreas Lute, der letztjährige Stammteuerhüter von Bundesligist Union Berlin zu den Pfälzern und klärt damit endgültig die Frage, wer in der kommenden Saison zwischen dem Pfostenballer entstehen wird. Zwar wäre eine Rückkehr von Fanliebling Sippel deutlich emotionaler, Nichtsdestotrotz bin ich mit der Verpflichtung von Lute mehr als zufrieden und heiße ihn hiermit zusammen mit zwei weiteren Neuzugängen herzlich am Betzenberg willkommen. Aufgrund des Wechsels von Nachwuchskieber Lorenz Otto zum SSV Ulm musste sich der FCK ein weiteres Mal auf der Torhüterposition umschauen und wurde schnell fündig. Mit Julian Kral konnte man den Stammtorhüter von Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin loseisen und hat somit aller Voraussicht nach die Kaderplanung im Tor abgeschlossen, es sei denn, die Gerüchte um Ersatzkieber Aftus Bahic, welche mit dem MSH Duisburg in Verbindung gebracht wird, verdichten sich. Ein weiterer Neuzugang kommt vom Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue und hört auf den Namen Ben Zolinski. Der 30-Jährige, der bereits in der Vergangenheit mit Mittelfeldspieler Marlon Ritter beim SC Paderborn erfolgreich zusammengespielt hat, bringt reichlich Erfahrung und Flexibilität mit. Zolinski hat bisher in seiner Karriere auf fast jeder Position gespielt, am häufigsten als Rechtsverteidiger und Mittelstürmer, weswegen ich der Meinung bin, dass er eine logische und nützliche Verstärkung für den Kader sein wird. Seit kurzem steht auch der Abschied von Innenverteidiger Alexander Winkler fest, obwohl er in der letzten Saison als Stammspieler zusammen mit seinen Kollegen die beste Abwehr in allen deutschen Profiligen stellte, zeichnete sich der Abschied aufgrund seines auslaufenden Vertrags und der Verpflichtung von Lars Bünding schon seit längerem ab, zumal er schon im vergangenen Transfersommer auf der Streichliste stand. Mit den Worten, es war mir eine Ehre, ein Teil der FCK-Geschichte gewesen zu sein, verabschiedet sich Wink auf Instagram und auch ich sage, danke für alles Alex, einmal lauterer, immer lauterer. Apropos Vertragsverlängerung, diese steht auch noch bei Leistungsträger Hikmet Chivci aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen der FCK-Verantwortlichen und seinem Berater aus. Dieser hat bei einem Interview mit der Bild-Zeitung die Gehaltsvorstellung des FCK kritisiert, Zitat, Zu guter Letzt gehe ich noch kurz auf das Gerücht ein, dass Mike Wunderlich mit seinem Ex-Club Viktoria Köln Verbindung bringt. Nachdem Wunderlich mehr als 10 Jahre bei der Viktoria gespielt hat, wechselte er in der letzten Saison zum FCK und hat mit 14 Scorerun einen großen Anteil am Aufstieg des Klubs. Zudem hat sich sein Vertrag automatisch um ein Jahr verlängert, weswegen ich es für ausgeschlossen halte, dass er den FCK nach nur einer Saison dem Aufstieg in die zweite Bundesliga wieder verlassen wird.